Hey Leute, was geht? Wir sind heute bei meinem ersten Video und ich zeige euch mal heute mein Zimmer. Also hier, so mein Reiter. Und auch hier noch mein Fernseher. Mein Platz 4, weil ich mit meiner Fispe darf mir dann auch irgendwann mal Fortnite hoch und auch Brawl Stars. Hier mein Stuhl, wo ich auch manchmal leeren und drauf bin. Meine Banane, die mag ich sehr. Entschuldigung, wenn ich mal in die Schule will. Und hier mein Hüttenkratzer. Und das Video geht auch nicht so lang, weil ich auch gleich mit Schlitten fahren muss. Hier noch sowas, dass der Ton jetzt haut. Und hier mein Bett noch. Habe ich mir jetzt nicht zu wissen. Hier noch meine Bücher hier. Blätter. Und check auch mal Marie. Ab. Ja, ich gebe mal Marie. Und Rosina. Hier sind wir in Marokkan und das, das, das. Und hier. So. Und. So. 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 Und dann kann man halt. Wir mit. So. 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 schreibt und dann hat es auch noch das war es gleich ein video hoch und wenn ihr es nur nicht getan hat müsst ihr nicht machen das ist ein like und ein abo da aber ihr müsst es nicht machen wenn auch einfach meine videos anschauen würde mich sehr freuen wenn ihr sowas machen würde also das war es mit dem video